So ihr Lieben, da sind wir wieder. Unser erstes Ramadan Video und wir hört der Moazin schon. Also wir dürfen jetzt das Fasten brechen. Bei uns gibt es heute Reis, O-Saft, The Body, Joghurt mit Mousse, also Bananenscheiben, dann Lunchun, wir haben Bratwürste, so ein bisschen HelloJet, das ist so Brownie abgepackt, Apfel, die Ballach, Datteln dürfen natürlich nicht fehlen. Dann habe ich von gestern noch Eier, hier so süße Brötchen habe ich noch gekauft und ein bisschen Chaya Gurke. Und das hier ist Curry Geschnetzeltes, also ich hoffe es schmeckt, weil abschmecken war nicht. Mal gucken, ob es was geworden ist. Und wie ihr wisst, wie jedes Jahr, die Ramadan Sil Sil, also Ramadan Serie, darf natürlich nicht fehlen. Und jetzt allen ein schönes erstes Fasten brechen. Balhana wa shifa wa bismillah.